Am kommenden Sonntag startet der 1. FC Magdeburg mit einem Heimspiel in die Drittligasaison 2016-2017 gegen Fortuna Köln. Doch bereits am gestrigen Sonntag konnten die Anhänger des 1. FCM zum Tag des offenen Stadion-Tores die Spielstätte der Blau-Weißen besuchen. Über 10.000 große und kleine Fans zog es zur MDCC Arena, um beispielsweise das Stadion zu besichtigen oder, mit etwas Glück, einen Schnappschuss mit einem ihrer Idole zu erhaschen. Höhepunkt war die Autogrammstunde, zu der sich die gesamte Mannschaft einfand. Entsprechend groß war der Andrang, um pünktlich zum Saisonbeginn ein vollständig signiertes Mannschaftsfoto in den Händen zu halten. Wir wünschen dem 1. FC Magdeburg viel Erfolg in der neuen Saison.